Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Hunger Games, hier Frauen gegen Männer, sag ich jetzt einfach mal so, weil wir schon wieder sechs Leute sind. Dabei habe ich den Pädobären. Was? Ich bin kein Pädobär mehr. Ich bin ein Hobbit. Spricht der Tim. Und dann ist der Stefan noch dabei. Ich fange heute mal mit den Jungs an, weil das das Gewinnerteam ist. Ich bin nicht da. Stefan ist nicht da. Dann haben wir dabei die Sylvia. Hallo. Die Steffi. Hallo. Und die Saskia. Ich bin auch nicht da. Okay. Heute alle mal mit Vornamen ohne Minecraft-Namen und sowas, habt ihr ja jetzt. Also wir spielen jetzt in zwei Dreier-Truppen, habe ich jetzt gerade so festgelegt, weil sonst sind wir einfach mit sechs Mann zu viele. Das heißt, wir töten euch auf, wenn wir euch sehen. Ich habe einen Apfel, geil. Und die Sounds sind zu leise bei mir. Ich habe gar nichts. Ich habe ein Schwert. Ich bin weggelaufen. Ich höre mich ein bisschen, wo seid ihr hingelaufen, in meinen Jungs? Ich bin Richtung Flughafen. Sag mir die Hausfarbe. Beim Kram. Beim Backsteinhaus bin ich jetzt gerade oben drin. Also ich wollte noch sagen, ich höre mich ein bisschen beschissen an, weil ich einfach am Laptop sitze mit einem anderen Mikrofon und ich habe gerade gehört, die Microsofts sind ein bisschen leiser, aber gut. Wird man von den eigenen Leuten verhauen. So, wo seid ihr jetzt? Bin auch am Flughafen. Bist du hinter mir, Alex? Bin am Flughafen. Bin am Flughafen jetzt, am kleinen Flugzeug. So, alles klar. Bin im Hangar. Also quasi in dem Tower-Lach. Wir haben Ausrüstung und ein Schwert. Also ich habe eine. Ich habe noch eine halbe... Äh. Oh, mir kommt eine mit dem Schwert entgegen. Super. Wo bist du? Ich habe gerade verprügelt. Ah, ich komme. Wo bist du denn? Wo muss ich hinlaufen, damit ich zu dir komme? Zu einem Backsteinhaus. Zurück eigentlich. Ja, ich bin auf linken oder auf rechts. Nee, das ist wo seid ihr jetzt aber mal. Äh, ich bin hier oben in dem Haus, wo der Kran ist. Ich habe noch ein Herz. Siehst du, dass du zu mir kommst? Ich bin beim kleinen Flugzeug. Ja, ich bin schon hinter dir. Okay, ich krieg's das leer. Ah, das war eine sinnvolle Runde. Tim, bist du immer noch am Backstein im Haus? Ich kann sie eh nicht gebrochen. Ich kann aber mit euch da zu reden. Also ich bin am Flugzeug jetzt. Ich komme auch gleich. Also hier ist auch nichts besonders. Ich habe auch ein Schwert für dich. Ihr schafft das, ihr schafft das. Ihr habt eine Hose? Ich hätte drei Brüste. Das ist drei Brüste. Das ist die große, ne? Ich bin nicht stolz drauf, aber ich habe zwei. Ich hätte noch Schuhe. Hier ist noch eine Hose. Schuhe habe ich auch. Einen Helm. Zwischen die Ria, Jatvin. Ich weiß es nicht. Und hier ist ein Schwert. Ja, komm. Weiter, weiter, weiter. Stopp, stopp. Umdrehen, 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 umdrehen. Ja, hier. Ich sag doch nicht laut, wo ich bin. Ich sag doch nicht laut, wo ich bin. Ah, ich hänge fest. Achso, sie ist nicht. Oh, komm mal hier wieder. Äh, da sind zwei. Äh, ja, ich weiß auch wer, die Damen. Ich bin da immer raus. Ich auch gleich. Ich bin da schon leer. Da war bestimmt derjenige. Laska, komm her. Hilfe. Einer weniger. Dankeschön. Ah, du bist auch tot. Tim ist erknallt. Tim leckt durch die Wand. Der ist durch die Wand gegangen. Jetzt sind wir alle drei tot. Tschüss. Bordenschläger. Inventar voll. Ich hab noch fünf Kekse. Warum hab ich noch fünf Kekse? Ich hab einen Keks. Ich kann mich in andere Leute verwandeln. Hä? Game girly. Game girly. Entschuldigung. Hast du noch Essen-Blaze? Nö, ich hab noch zweimal Schwein und ein Apfel. Hinter dir. Ach so, du wähnst ja eine Maske. Die Jungs werden gewinnen. Haben wir nicht schon gewonnen? Das sagt der, der als erstes rausgeflogen ist. Ach so. Ich hab schon gerade weggeschmissen. Ihr habt doch alle drei getötet. Alle drei? Ja. Ich hab, äh, ich hab noch, äh, acht Köpfe. Also wenn, zum Maudador hab ich noch einen. Hast du einen Bogen? Nein. Aber ich versuch, dich gerade wieder zu finden. Äh, ich bin ja bei diesen komischen Holzdingern. Hier, rechts von dir. Wo bist denn der, Saskia? War hier unten nicht auch eine Kiste irgendwo? Ach, Alex. Alex, wo bist du? Was denn? Ah, hier ist doch einer. Ich hab was nichts zu tun. Ich will das mit der Ausrüstung. Ich weiß nicht, wie man hier auf die Bäume draufkommt. Tiefel, ich gerne drauf. Ich weiß das auch nicht. Du hängst doch immer den ganzen Tag hier rum. Sag mir, wie ich da draufkomme. Ich häng ja nicht den ganzen Tag rum. Wer ist das da oben? Lu zu fahren oder was? Nee, Lu... 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 Luise. 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 Zeig mal, wie man da raufkommt. Ist da bei dem Holz noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ich glaub ja, eine Kiste müsste da sein. Aber ich weiß es, hier ist einer. Hier. Da ist nichts wichtiges. Bisschen Essen und hier ist einer gestorben. Okay. Kurz weg. Weiß ich nicht. Da ist einer. Inventar voller Ausrüstung. Wo ist einer? Hier. Ah. Oh, der hat ein Steinschwert. Aua! Ja. Stirb, 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 und der ist tot. Geh mal hier rein und sammle das auf, ich hab keinen Platz mehr. Magst du einen Keks, Alex? Der ist doch nicht da. Achso. Ich hab 14 Äpfel, 15 Schweinefleisch. Ich weiß auch nicht, wie man auf den Kopf kommt. Hast du jetzt den Kopf? Ich hab noch keinen Kopf, nein. Bitte. Gib mir mal irgendwas. Ich schmeiß dir hier mal ein paar Hosen hin. Hat der denn nicht ein Steinschwert, doch hier. Ja, ich hab auch noch ein paar Schwerter. Ja, ich hab auch noch ein paar Schwerter. Vor allem kann ich noch Unmengen an Pilzsuppe machen und sogar gebratenes Fleisch und sowas. Hm, das hab ich auch. So, jetzt hab ich die Leiste voll mit Essen und ein Schwert. Und Enderperlen. Oh, süß. Nee, ist nicht süß. Achso, ich hab... Ja, das Klang ist wie was anderes. Die Katzen hört man nur, wenn sie kotzen. Unten in dem Fluss müsst ihr noch eine sein, weil ich's nicht machen. Okay, ich dachte, jetzt essen wären die Katzen noch Klang, aber vor allem schon so ein bisschen. Aber gut. Die ist leer. Live in der Aufnahme. Das war schon ein paar Mal öfter. Naja. Habe ich jetzt das erste Mal so mitbekommen. Erinnerst du dich noch an TechHead Singleplayer von Alex? Ja. Wo er, glaub ich, ne Stunde weg war und dann gesagt hat, okay, wir machen irgendwann anders weiter. Nach, glaub ich, ner halben Stunde Aufnahme oder so? Ja. Er hat noch aufnehmen lassen und war dann bei seinem Kind ungefähr ne halbe Stunde. So, ist da oben noch irgendwas? Ich glaube ja, oder? Ja. Kommt der da schneller hoch wie ich? Oh. Vorsicht! Geh mal rein. Oh. Oh. Dass ich hier jetzt nicht verbrannt bin, ne? Ich hab mich schon in der Lava gesehen. Also, ich hab die Lava schon gesehen unter mir. Das mit der Lava kannst du ja ganz gut haben. Da haben wir auch ganz andere gefilmte. Ja, das stimmt. Ja, ich hab den, ich hab den Schalter relativ schnell wieder zugemacht. Also, das kann Alex ja auch gut. Ich dachte aber so ne Lavagrube, wo du dann reinfällst. Das hätte ja klappen können. Ach, hier. Ein Boden. Oh, da hat jemand einen Zauberwürfelskin. Komm ruhig runter. Nö, ich trau mich nicht. Da oben fliegt einer rein. Aua. Nein, ich hab ausgemacht. Kannst runterkommen. Klar. Ich glaub der ist auf dem Trambolin. Keine Teams bitte. Ja doch. Die springen auf dem Trambolin hin. Ach, da ist auch noch ne Kiste. Ich dachte gerade, wer fliegt denn da runter? Boah, ich hab zu viel Zeug dabei. Ja, meine Übertal ist auch voll. So. Dann wär's aus. Ja. Sollen wir noch ein bisschen jagen gehen? Wär eine Möglichkeit. Viele dürften es ja glaube ich nicht mehr sein, oder? Ich glaub sechs waren es gerade noch. Sechs Leute. Also wir müssen noch vier töten. Boah, an dieses Textureback muss ich mich nicht gewöhnen. Boah, ich erinnere mich noch, wo ich mit Alex in einer Folge geangelt hab einfach. Ja. Da vorne ist jemand. Der Anki angelt. Ja wir haben uns einfach hingestellt und waren angeln. Ich erinnere mich, die hab ich gesehen. Ja, ich erinnere mich. Da sind zwei. In der Bauruine. Ja egal, machen wir beide Part. Die haben beide nur ein Holzschwert. Hier ist ne Kiste, die ist... Ah, hoch, hopp, hopp. Hopp. Ich hab einen. Oh, der lebt. Ich bin weg. Was können wir denn hier stellen? Der goldene Apfel. Hier sind noch Pfeile. Ich hab selber neun Stück. Aber der goldene Apfel ist interessant. Was zu essen? Schwerter, Pfeile. Hast du noch zwei Bogen? Ah, hier ist noch eine. Warte. Ja, ich hab auch noch einen Bogen. So eine Enderperle einplotten. Ich hab auch noch einen Bogen. Schmeißen wir mal Müll hier weg. Ich darf einfach nicht rein gleich. So, das dürfte eigentlich auch... Ah, da liegt da noch so viel. Ja, ich schmeiß auch noch. Ich auch. So. Stapling, Seeds. Waffen behalte ich einfach mal. So. Noch was interessantes. Die Schwerter nehm ich mit. Jetzt haben wir nur noch zwei Gegner. So. Genau. Ich hab auch entsorgt. Ja. So. Ach, das Haus erinnert mich wieder an was. Da ist Alex mal so schön reingelaufen und da ist ja die Lava voll. Mit einer Lava, ne? Ja, das meine ich ja gerade. Ich hätte gern ein Feuerzeug. Noch ein Schwert. Was? 13 Äpfel? Wo hab ich denn die jetzt her? Haben Baum gefallen? Nö, ich glaub die hatten die anderen da dabei. Ich hatte gerade eben, oh Rüstung und Ding, die hatten ja schön Sachen gefallen lassen. Nö, immer keine Schwerter. Ja da. Wie weh. Wie weh. Wie weh. Seid ihr alles raus jetzt, oder? Nö. Wir sind am Gewinn. Stefan und Tim sind noch dran. Ich muss gerade meine Kinder die Medizin verpassen. Sind ich krank? Immer noch nicht besser. Wo bist du denn jetzt hin? Immer noch ganz oben. Auf dem Haus. Ah. Da ist ne Kiste. Noch ein Holzschwert. Mussten wir sie grad weg, weil wir müssen die Medizin alle 8 Stunden kriegen. Ah je. Ihr Arm. Ui. Ja, bleb. Also die bezüglich des Baums hat mich geantwortet, wie du da drauf kommst. Ja. Ich weiß auch nicht, wie du drauf kommst. Lass uns mal einfach in die Mitte gehen. Wahrscheinlich unter dem Baum ausloggen und dann einloggen da. Oder sowas. Jawoll, Tja. Ich hab einen gefunden, der steht ja auf dem Baum. Und ich hab einen oben. Ah, jawoll. Und ich schieße ihn jetzt einfach da runter. Ja, bist du dieser Lampe war ich schonmal, aber dann kommen wir nicht weiter. Komm her. Hä? Ich hab ihn. Ah. Ah. Nice. Jetzt hab ich wieder ganz viel Scheiße aufgehoben. Aber der Sprung nach oben ist einfach zu weit. Also einer ist noch übrig, ne? Oh, Melonen. Nein, ich hab die Schlüssel weggebracht. Hm, Melonen. Hm, Melonen. Hm, Melonen. Hm, Melonen. Einer fehlt noch. Melonen, Melonen. Aua. Da, 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 da. Ich steh mir die Haare zu Berge. Okay, versuch ich was anderes. Ähm, ich hab mal gesehen. Okay. Legt der Blitz nicht dahin, wo der ist. Vielleicht dahin ist doch ein Trampolin. Ja, ja. Wo ist ein Trampolin? Ja, ja. Ja, dann muss der dahinten, ja. Wo diese blauen Ballons sind. Weil ich da wo rüpfen, dann irgendwie auf das Gebäude drauf. Mal gucken. Wo ist der denn jetzt eingeschlagen? Bei uns beiden? Wie lang? Warte, komm mit. War deiner, glaub ich, ne? Alex, komm Trampolin. Versuch dir mal. Ich versuch hier noch weiter. Gucken wir mal nach rechts. Ich bin links gegangen hier. Wie viele leben wir noch außer euch? Einer. Das war dein Blitz. Achso, ihr seid schon Blitze suchen, das ist gut. Ja, wir rennen hier einfach rum. Also ich versuch jetzt mal. Weil wir Glück gehabt haben. Wir sind einfach irgendwo lang gelaufen. Also jetzt bin ich zumindest schon auf dem Gebäude hier. Ich glaub der Triple hilft noch. Hab ich da hinten was gesehen? Das war meine. Bäh. Da hinterm Backsteinhaus oder so? Äh, ich häng hier irgendwo. Boah, was ist das? Das war jetzt extremer lecker. Ja, ich dachte auch, das kann doch nicht nie sein. Ja, ich war grad auf dem Baum und dann war ich plötzlich wieder an einer anderen Stelle. Also ich bin jetzt auf dem Baum drauf. Ja, fast. Wo war der? Boah. Aber warum bist du denn? Und dann kriegst du sie wieder. Ähm, hier Richtung, Moment, was steht da? Äh. Hang on. Brunnen. Brunnen und Jump and Run. Musst mal gucken in der Richtung. Also da wo die zwei Schwerter... Da hinten war einer. Wo? Die Richtung. Einer hat mich jetzt getroffen. Ja, aber ich glaub ich hab da hinten einen gesehen. Also Ria seh ich von hier. Die muss jetzt nochmal... Ach, da bist du. Ria seh ich auch. Warte jetzt einfach mal in der Mitte. Oh Gott, ich wollte... Und Saskia ist auch da. Ja, der ist da hinten. Ich hab den Blitz gesehen. Dann bringt die um, bringt die um. Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Muss erstmal was essen. Ich hab nur 23 Fische noch. Minzi steht auch da oben. Auf dem Haus drauf. Ah, fast. Nicht gerade. Okay, wie habt ihr das jetzt gemacht? Auf das Trambolin. Ah, da hinterm Haus. Wo ist ein Trambolin? Da, wo diese vier Ballons sind. Und wie kommen wir da hin? Ja, komm mit. Hier rum wahrscheinlich. Ja, du bist schon richtig. Jetzt rechts rum. Hey Sunny! Hey Sunny! Hey Sunny! Ich weiß schon, du heißt Sunny. Genau, da lang. Und dann von dort aber auf dem Gebäude da drauf. Da drin. Wie kommen wir da höher? Das hier eingeschlagen. Du sprichst automatisch höher. Einfach auf das Spring. Wie hoch geht das? Boah, keine Ahnung wie hoch. Aber auf jeden Fall danach auf dem Ballon springen. Hier. Zack. Meinst du, dass der da im Haus drin ist? Ich weiß nicht, ob das eine geht nicht. Aber vielleicht ist der hier nicht schworgen oder so. Das laggt aber extrem. Also die knallen im Moment alle bei mir so in der Umgebung. Also ich hab den genau hier hinten gesehen, den Blitz. Ihr werdet ihn niemals finden. Boah. Durch den Lag bin ich von dem Haus wieder weggeschafft worden. Nee, nicht den Server neu starten, ne? Wir müssen noch fertig spielen wegen Aufnahme. Pfuh! Er Saskia ist auch nicht so open. Nein! Ich glaube nicht, wo der ist. Gibt's hier kein Deathmatch oder so am Ende, wo alle in die Mitte geportet werden? Nein. Oh mein Gott. Kannst du jetzt springen? Einfach anlaufen nehmen und springen, oder? Wir werden ewig. Wir werden ewig. Dafür gibt's ja die Blitze. Wenn das. Wo war denn? Da hinten war der jetzt. Aber ich glaub das verbläst. Also ich bin, äh, genau da gewesen. Aber das müsste deiner gewesen sein. Oh. Also ich werd mich jetzt einfach mal hier hinstellen und werd so Richtung Mitte gucken und warten müssen. Ich geh mal da hinten den Berg hoch, bei dem Tunnel da. Ja, ich... Versuch dir zu fragen. Bist du jetzt noch auf dem Trampolin, Alex? Ja, das war meine Mauer. Trifft der nur einen immer oder trifft der alle? Ne, alle drei. Bist du auf dem Ball? Alle drei? Okay, dann werd ich mich auf die Mauer hier stellen und warten. Ah, warte mal ab. Ich stell mich hier hin. Okay. Ich hab'n. Wo? Oh, tot. Bin zu tief gefallen. Ach, das bist du! Das bin... Super. Aua. Nicht sneaken! Nimm mich einfach ab. Wasi. Sei doch nicht so. Wo ist der denn jetzt? Killt ihn doch einfach. Na, wer ist der versteckt? Ja, wir müssen erst mal finden. Versteckt dich doch. Ich hab' jetzt nur auf dich einen gesehen. Weiß ich nicht. Ich hab' mich das jetzt getäuscht, aber auf das große rote Haus kommst du doch nicht drauf, ne? Glaube nicht, nein. Okay, dann guck' ich mal in Richtung Wald. Mich hat's immer vom Haus runtergelegt. Ne, Richtung... Richtung Wald ist nix. Vielleicht doch mal. Aber am Spawn, dann hätten wir ja gesehen. Ähm... Hm. Ach, wir gehen jetzt auch mal wieder Richtung zur Eisenbahn. Alles runtergefallen. Geht das denn nur? Ja, ich war auch schon am Haus, aber... Mich hat's ab... Das Haus ist auch ein Trampolin, glaub ich. Nö. Da ist auch nix. Aber kann doch nicht sein, dass die Blitze hier... hier nicht, ne? Vielleicht sind ja auch noch nur wir zwei, dann. Mach doch mal Slashlist, und dann weißt du's. Aber Tribble müsste noch da sein, so wie ich den hier richtig verstehe. Triple We, ja, okay. Dann schreib dir noch mal an, ich soll dich treffen. Und... Nein, nein, nicht da durchrennen, da ist der ganze Müll von vorhin. Aber durch nen Bug unsichtbar. Ja, dann sag das doch gleich. Wahnsinn. Mein Gott. So. Ich kann keine Kisten, aber wir bekommen keinen Schaden und kann jetzt schlagen. Moment, wo war denn? Hier. Dann geh bitte... Aus. Danke. Nö, dahinten nicht, aber du kommst trotzdem auf den Baum. Wir suchen hier 30 Stunden und der ist unsichtbar. Nein, das ist nicht egal. Hm, nur anstatt dass er Hauge Leaf macht. Oh, gut. Wieso kann er nicht? Er kann... Jeder kann nicht... aus dem Hunger Games rausgehen. Versuch mal von mir. Ich wollte jetzt gerade ohne Punkt davor eingeben. Das wäre schlecht gewesen. Na gut. Jedemal dahinten lauft und keine Ahnung. Was hat das... Jeder kann aus ner Map rausgehen, wenn er möchte. Warum ist denn noch grün? Ja, soll ich jetzt für ihr verhungern oder was? Nur 3 Stunden? Dann geh ich gleich raus. Was ist denn mit dem Schwert hier? Warum kann ich das nicht aufheben? Das ist nicht so der Server Buggy ist. Ich will den Server ja auch neu starten. Irgendwas stimmt ja gerade nicht. Dann kick ich. Er wird jetzt gekickt von Wincy. Willst du mich verarschen? Der hat keine Rechte. Oh Gott. Was hat denn das mit Rechte... Mit Rechte zu tun? Kalken eigentlich gerade hier aufm TS. Jetzt haben wir auch mal klar bei mir. Da unten ist er doch, der Kalken. Tim geht in Rage. Ich bin wieder bei... Bei Triple V... Äh... Bei Triple V sag ich schon. Bei TT aufm Server. Kann schon sein. Einfach mal anschubsen. Ach, der ist auch schon. Hallo. Hallo. Kalken. Der Mincy sucht dich. Der hat gesagt, du äh... Was? Der Mincy sucht dich. Der Mincy sucht dich. Der hat schon das dritte Mal wegen dir pausiert, hat er geschrieben. Was? Ja, ich weiß. Weil das Ding ist so ein bisschen verbuggt hier gerade. Ja, so ein bisschen. Also wir haben halt hier... Yannick spielt halt nur. Und... Wer ist Yannick? Äh, ja hier Triple V halt. Ja, ja. Ja, der soll mal liefen, da... Ja, ist er. Laut ihm, er ist in der Lobby. Ja, er ist jetzt raus. Also... Der läuft in der Lobby rum. Mincy hat ihn getötet. Ja, Mincy hat ihn getötet. Ja, gut. Ja, er war halt... Er war unbesieg... Er war unbesiegbar. Konnte... Ist nicht gestorben durch Hunger. Konnte kein Suicide machen. Kein Hagi leave. Konnte... Keine Pfeile mehr. Egal. Er war drauf. Ich auch nicht. Er ging gleich von Anfang an an. Er merkte, dass er keine Items und Kisten öffnen konnte. Das ist natürlich super. Ah, Blaze wird gewinnen. Eh, tschüss. Yay, gewonnen! Yay! Tschüss! Tschüss! Tschüss!